Diese wunderbaren Zucchinis kommen vom Wilkenshof, einem unserer Partnerbetriebe der RegionalWelt AG. Und ihr seht, die sehen alle unterschiedlich aus und das ist von mir auch mal ein Einkaufstipp für euch. Alles, was so genormt aussieht, schmeckt meistens nicht so gut wie das, was von der Natur unterschiedlich gewachsen ist. Heute ein kleiner Tipp zum Kochen und zwar machen wir einen Tomaten-Zucchini-Salat. Dafür braucht ihr bunte Tomaten, die ihr klein schneidet und dann kommen die Zucchini dran, die in kleine Würfel schneiden, richtig schön anrösten in der Pfanne, richtig schön braun. Schalotten oder Frühlingslauch dazu, ein bisschen Rosmarin und dann warm auf die Tomaten geben. Schön durchmischen, ein leckeres, kaltgepresstes Öl. Ich esse im Moment ganz gerne Hanföl, einen leckeren Essig. Mal vielleicht nicht den Balsamico nehmen, sondern vielleicht mal so einen Johannisbeer- oder Tomatenessig und schon habt ihr einen mega geilen Sommersalat. Also ran an die Zucchini, bald gibt es auch Runde in weiß, in gelb und auch in grün. Ich bin jetzt nicht die Zucchini.